Weihnachtszeit ist ja auch Reisezeit und das bedeutet Hochsaison für Diebe an deutschen Bahnhöfen. Über 45.000 Mal im Jahr werden da Handys, Geldbörsen, ganze Koffer geklaut. Tendenz steigend, vermeldet die Bundespolizei. Mir kann das nicht passieren, denkt man so, aber wir zeigen Ihnen, wie schnell die Tasche weg ist. Heftig, Gedränge und viele Menschen machen den Bahnhof zum Paradies für Taschendiebe. Ein Griff, schon ist das Portemonnaie weg. Und man hat es nicht einmal bemerkt. Aber er kennt sie alle, die Tricks und Maschen der Trickbetrüger, unser Testdieb Giovanni. Hier im Bahnhof hat man natürlich eine enorme Reizüberflutung und da fällt es den Taschendieben sehr leicht, mit ihren vier A's zuzugreifen. Das erste wäre das Abchecken, sich ein Opfer aussuchen. Das zweite ist dann die Ablenkung. Dann kommt natürlich das Abgreifen und zum Schluss der Abtransport. Und ja, wenn das soweit ist, dann ist man schon ein Opfer. Für die Opfer ist das alles andere als lustig. Meist ist es längst zu spät, bevor man den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. Das Prinzip ist dabei immer gleich. Ist das Opfer erstmal abgelenkt, greift der Dieb zu. Die offene Handtasche dieser jungen Frau sticht Giovanni sofort ins Auge. Um an den Inhalt zu kommen, soll sein Komplize die Frau ablenken. Giovanni schleicht sich von hinten an, schon ist das Portemonnaie weg. Können Sie sich vorstellen, dass man durch Ablenkung etwas da rausklauen könnte? Das ist nicht so ernst. Ich dachte schon, ich kenne das doch. Oh mein Gott. Das kommt Ihnen bekannt vor. Wissen Sie, wann das passiert ist? Ja, als er mich gefragt hat, welcher Eingang. Genau. In dem Augenblick, wo Sie sich umgedreht haben, weil Ihre Tasche nicht mehr in Ihren Blick fällt. Das heißt, ich konnte mich ganz leicht bücken, eben das rausholen. Und so schnell kann man dann die Wertsachen rausholen. Und das war noch längst nicht alles, was Giovanni der jungen Frau außerdem noch klaut, das sehen Sie gleich. Motiviert vom ersten Erfolg späht er schon sein nächstes Opfer aus. Dieses Mal vor dem Bahnhof. Jetzt wird er noch dreister und klaut gleich eine ganze Tasche. Vorhin hat ein Herr Sie nach Feuer gefragt. Haben Sie gesehen, was er mitgenommen hat? Der Herr, der Sie nach Feuer gefragt hat, hat Ihre Tasche mitgenommen. Sie haben sich zwar noch mal umgesehen, aber auf einmal hat er die Tasche mitgenommen. Und wir haben das die ganze Zeit drauf. Die Tasche echt nicht. Sie werden von einer Seite angesprochen, von der anderen Seite angesprochen und schon verschwinden die Sachen. Das geht schneller als man denkt. Nämlich. Ja, du hast ja auch zwischen den Beinen. Normalerweise passe ich auch mehr auf, aber es ist wirklich abgelenkt. Aha, 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 aha. Was? Nee, da vorne rechts. Weg war es. Schauen Sie mal, da die ganze Asche da drauf. Soll ich die nochmal machen? Nein, 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 nein. Warte, warte. Lass mal das Handy, das ist ein Handy. Siehst du, wie schnell das geht? Das wäre auch verschwunden, eben das Handy. Aber sonst noch ein Portemonnaie mit oder so? Oder sind hier nur... Nee, nee, da ist echt ein Portemonnaie. Aber Bon Blanc auch. Und sonst hier Handy und irgendwelche anderen Wertsachen da? Hausschlüssel. Okay. Na gut, dann noch viel Spaß. Nee, passen Sie mich jetzt nicht mehr an. Nein, nein, alles gut. Na, ist die Hand weg. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Wie spät er dann? Ja, das fehlt jetzt ein Portemonnaie. Soll ich noch das Portemonnaie? Mann! Wollen Sie noch ein Handy aussuchen? Oder... Wirst du mir nicht vorhin zurückgegeben? Nee, nee, nur so getan als ob. Jetzt ist aber gut. Er geht noch einen Schritt weiter. Klappen seine Tricks auch bei einem, der es besser wissen müsste? Zur Ablenkung fragt er den Schaffner nach einem gemeinsamen Foto. Da in die Kamera reinschauen. Da in die Kamera reinschauen. Haben Sie es bemerkt? Auf den ersten Blick ist der Diebstahl kaum zu sehen. Hier die Szene nochmal in Zeitlupe. Wie schnell das Handy weg sein kann, haben Sie gerade gesehen, aber was tun, wenn man beklaut wurde? Die Polizei rät folgendes. Wenn es tatsächlich passiert ist, dann geben wir die Empfehlung, möglichst schnell bei einer Polizeidienststelle die Anzeige zu machen. Wenn Sie es so haben, wie wir am Münchner Hauptbahnhof, dass Sie gut Kamera überwacht sind, dann kann man innerhalb von 48 oder 72 Stunden, je nachdem, wo es passiert ist, relativ schnell auch das nachvollziehen. Zurück zu Giovannis erstem Opfer. Jetzt setzt er noch einen drauf und probiert es mit einem einfachen Ablenkungsmanöver. So, jetzt stell dir vor, die Handtasche wäre zu und du würdest jetzt sehr gut aufpassen, wäre es jetzt möglich, diese rauszuklauen. Voll konzentriert auf die Münze bekommt sie gar nicht mit, dass Giovanni den Verschluss ihrer Uhr öffnet. Ne, hat nicht geklappt. Normalerweise klappt's. Normalerweise klappt's. Die Münze konnte ich dir aber nicht klauen, weil du diesmal aufgepasst hast, aber ich konnte dir etwas anderes klauen. Pass auf, es kommt langsam von der Seite rum. Deine Uhr. Dass unser Profidieb so erfolgreich ist, hätten selbst wir nicht gedacht. Aber was sagt er selbst dazu? Fazit vom heutigen Tage, wir haben wieder sehr, sehr viele Handys, Portemonnaies, Uhren und natürlich auch viele Taschen, denn gerade in der Sekunde, wo die Menschen unaufmerksam waren, gerade kurz weggeguckt haben oder von einem Partner angesprochen wurden, da konnte ich zugreifen und die Sachen einfach entwenden. Und diese haben es erst viel später gemerkt. Giovanni hat uns gezeigt, wie einfach wir es, den Taschendiemen machen, an unsere Wertsachen zu kommen. Also denken Sie daran... Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Beaufsichtigt. Vielen Dank.